Herzlich willkommen, mein Name ist Susanne Jaruling und ich möchte dich verführen, in Schwung zu kommen. Womit? Mit den sogenannten Poes. Poes, werden auf Deutsch übersetzt, heißt es Ball. Diese Poes kommen ursprünglich aus Australien. Die Maori-Frauen haben rituell mit diesen Poes geschwungen. Im Kreis haben sich sozusagen den Tag erzählt, stehend natürlich, und haben so den Tag miteinander vertaut und haben alle möglichen Bewegungen gemacht. Und wie so oft im Leben sind die Männer rundherum gesessen und haben geschaut, welche es noch vielleicht zu haben, welche gefallen mir. Warum do ich Poes schwingen? Ich sitze viel in ruhiger Position und Poes schwingen ist sowas, wo ich immer und überall in Gang kommen kann und wo ich ganz viel meine Brustmuskeln, meine Atmung, meinen Herzrhythmus, meine Lebensfreude und meine Koordination fördern kann. In den Kursen in der VHS unterrichte ich euch die Basics und die zeige ich dir jetzt einmal, einfach, dass ich da eine Lust drauf mache. Poes schwingen kommt aus dem ganzen Körper. Das heißt, ich kurbel nicht ganz wie eine Maschine wieder mit den Händen, sondern ich halte den Poes so, dass sie in der Kniehöhe sind und bewege es rhythmisch langsam durch den ganzen Körper. Also der Impuls kommt aus den Knien und dann kann ich schon verschiedene Formen machen. Ich kann lernen, dass ich stoppe, dass ich beide synchron mache. Ich kann lernen, dass ich es versetzt mache. Ich kann beide stoppen, ich kann beide so stoppen. Ich kann ganz verschiedene Dinge machen. Wenn ich dann geübt bin, kann ich ein bisschen Achterbahn fahren. Ich kann aber auch dann sagen, okay, ich möchte jetzt in die vordere Front kommen und dann mache ich einen schönen Sonnenuntergang. Dann sage ich, okay, Sonnenaufgang gefällt mir besser. Ich kann in alle Richtungen spielen und so, muss ich ja gerade so zeigen, kann ich es auch nach oben spüren. Und so kommen ganz unterschiedliche Bewegungsmuster. Und wenn du das mit deiner eigenen Musik machst, ist das super lustig. Und man kann sich an jedem Teich, an jedem See stellen und schaut nicht komisch aus, sondern man schminkt. Wie baust du die Poes? Ganz einfach, ein paar Stutzen. Inhalt ein paar Socken. Mehr braucht man nämlich nicht. Und in den Socken fülle ich, ich sitze mich da her, in den Socken fülle ich 100 Gramm Hirse oder Leinsamen. Knopf gemacht, Arme dagegen gestülpt und in den Poe gesteckt. Und schon passt ich fertig. Auf Reisen hat man den Vorteil, man hat immer einen Proviant mit. Und ich hoffe, ich habe dir einen Spaß gemacht damit. Und wünsche dir viel Schwung im Leben. Und wünsche dir viel Schwung im Leben.